Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was hat dieses Drecksschwein mir angetan? Scheiße! Aus meinem Blickfeld! Ich töte dich, Rossfield! Ich packe dein Herz und reiße es raus, bei Lebendiger bleib! Bitte, Hugo, der Tisch wird dir nichts mehr zuleide tun. Er wollte mich demütigen! Mich! Hättest du nicht gestört, wäre er tot? Denkst du etwa wirklich, dass du diesen Kampf noch gewonnen hättest? Titan hätte ihn vermalmt! Und wie hätte er das geschafft, ohne seinen Kopf? Klappe! Du warst nicht stark genug. Und du nennst dich einen Dominus. Jedenfalls bislang. Dein Maul will ich stapfen! Siehst du, Hugo, du bist schwach. Doch solange dieses Feuer noch in dir brennt, ist nichts verloren. Soll ich dir verraten, wie du dich an ihm rächen kannst? Sag's mir! Was muss ich tun? Bitte, ich tue alles! Alles! Sag's mir! Was ist damit? Des Mutterkristalls Kern. Die geballte Konzentration von Äther darin ist allgewaltig. Vielleicht liegt darin der Schlüssel? Natürlich würde der Kristall seinen Segen keinem gewöhnlichen Mann gewähren. Doch du bist auch kein gewöhnlicher Mann, oder, Hugo? Clive Rossfield hat deine Macht geraubt, aber anderen ist dies auch widerfahren. Und dennoch haben sie die Kraft gefunden, ihre Esper zu beschwören. Auch sie trank vom Äther und erlangte Macht, jenseits menschlicher Grenzen. Sie hat... Ich tue es, meine Liebe. Ich reiche dich. Geradeaus, Hugo. Du brauchst nur dem Licht zu folgen. Mythos ist hier? Sehr wohl, wie ihr befehlt. Ab hier werde ich alles übernehmen, o Majestät. Das war es auf der Bitte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Orks. Haben die Valuta sie hergebracht? Kämpfen die Orks jetzt für die Valuta-Armee? Wie ist denn das passiert? Man hat uns entdeckt. Los, Trugger! Zahn! 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 Die ganze Mine ist voll von ihnen. Zahn! 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 Das war's für heute. So viel zur steinenden Wache. Darmäkias Elita. Was ist das? Das war's für heute. Bestien, ihr hättet in Usher bleiben sollen. Geht mir, Adana! Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Das war's. Die Treppen. Hoffentlich finde ich heraus. Die Treppen. Das ist ein Merk von einem Ork. Dies ist durch einen Kopf. Torgat, fass! 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 Fass! Torgat, fass! 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 Oh, oh, oh. Erst Orks, dann diese Albträume. Steckst du dahinter, Ultima? Das wird nicht einfach. Da, Torgal! 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 Der Kern. Er ist im Heiligtum. Ich spüre es. Komm, Torgal. Er ist im Heiligtum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020